Hallo zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich habe Seelen gesammelt. Ein wenig. An dem Ort, wo wir jetzt sind, da in dem Drachenhort, sag ich jetzt mal, kann ich Seelen farmen ohne Ende und ihr seht schon, ich weiß nicht, was das hier mit dem Level auf sich hat, Leute. Also mit dem Stärkegrad. Ich habe Leute gesehen, die haben hier so ein bisschen mit den beiden geskillt und haben da irgendwie 700. 700 rechter Waffenschaden. Ich habe keine Ahnung. Das sind echt nur die beiden, die das sagen. Okay, mache ich nochmal einen hier drauf. Also mein Waffenschaden ist 653, ist schon hoch, aber manche haben schon, habe ich gesehen, mit 55 Stärke. Und nochmal, wie läuft es, was passiert, wenn ich den Ringe abmache. Examin, na gut, war klar. Manche haben schon 700 noch was, hier der Oroboros oder wie der heißt. Der hat 18 auf, äh, geschickt und, wie heißt es, ah, 55 auf Stärke. Einfach mal 700 noch was Waffenschaden und ich habe die Silberwaffe hier eher, auch auf 5 aufgebessert. Und hier habe ich das immer gemacht. Und da oben, der bimmelt einen ran. Dann kommt der da raus. Zack. Aber ihr seht, mir fehlt noch Schaden, damit ich den One hitten würde. Zack. Versucht Geste. Irgendes Unheils. Ah. Sauerei. Ah, Sauerei. Arsch. So, zack. Irgendes Unheils haben wir. Oh, der zaubert irgendwas. Was ist das denn hier? Och, nö, der spawnt Hubble. Ah. Oh, nicht Hubble. Nicht schon wieder er. Ist hier eine Leiter? Kann ich runterjabben? Ja. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen jetzt gerade. Och, nö. Ich habe schon so oft, gegen dich jetzt gekämpft. Och, das hasse ich für die Pest. Ja. Ah, frisst Scheiße. Bam. Oh. Haha. Das ist... Wenn du keine Stoßwaffe hast. Tschau. Boah. Oh, oh. Ah. Arschloch. Will der mich treten die ganze Zeit? Penner. Oh. Havel. Hör auf. Nerviger. So. Die geben 4000 Seen jeweils. Connor, ey. Ja, hier. Das Black Death. Darüber beschwert er sich. Ah. Wie zum Fick. Oh. Natürlich. Arsch. Darüber beschwert er sich, weil, äh, die haben es verkackt. Oh, Mann. Die Entwickler und, äh. Server sind unstabil, beziehungsweise funktionieren so gut wie gar nicht. Und. Ja. Sturzangriff wird benötigt. Was soll das jetzt, da? Ähm. Ja, und. Kein Update. Kein gar nichts. Ja. Ist halt scheiße. Hier. Was ist hier? Kann ich hier hochklettern? Ach. Du scheiße. So ein riesiger. Schlagentyp wieder. Cool, was war das denn jetzt? Hier geht doch irgendjemand. Erstmal würde ich mir die beiden Ringe angucken, so. Er hält doppelten Schaden. Er hält ich jetzt doppelten Schaden oder der Gegner? Warte mal, ich wüsste den mal aus. Warte mal. Äh. Ja, ich spring natürlich nur drauf. Oh, oh. Komm. Boah. Okay, 514 waren das jetzt. Ah, kletter schneller. Kletter. Fuck. Okay. Das muss getestet werden. Das war ein normaler Schlag, 514. Hm. Ah. Ah. Boah. Komm hier durch. Unfit. Even to be Cinder. Hä? Ja, halt's Mauer. Wofür ist denn der Ring gut, wenn ich doppelten Schaden kriege? Was ein Scheiß-Ring, oh mein Gott. Steht ja auch nicht, wer doppelten Schaden erhält. Ich oder der? Gegner. Aber anscheinend ich. Junge, wer würde denn so einen Ring benutzen, außer den der richtig Hardcore-Gaming machen würde? Was ist das denn hier? Gibt's Schadenminderung. Da steckt Wunder enorm. Stoße, ne. Ich bekomme ja nicht hier Pyramontie. Wo mache ich das denn? Hier gibt's auch noch einen Weg, ja. Oh, was ist das denn? Oh, ab. Nee. Ah. Ja, wo bin ich denn? Ach, hier bin ich jetzt. Oh. Du Sausack. Schnell weg. Sprinte doch. Oh mein Gott. Hä? Ah! Drachentöter ist schwer. Nice. Spier. Hab ich nicht. Wann mal. Mit dem einen Ring hab ich mehr Schaden gemacht, mit dem hier. Aber nur wenn mein Leben voll ist. Das sind diese Ninja-Typen. Ich hasse euch. Ah, frisst mein scheiß Schwert. Er macht da erstmal seine MLG-Moves. Warte mal. Lagt da noch was? Ja. Die kann man ruhig mitnehmen. Die kann man ruhig gebrauchen. Ruhig. Ruhig gebrauchen. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Hier ist doch wieder die fette... Boah. Oh, oh. Ach, diese kleine Missgeburt. Das ist scheiße. Boah, ja. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Boah, Glück im Unglück. Er eskaliert. Aber ja, greift mich an. Ich bin dran. Ah. Oh. Ja, 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 ja. Fall. Oh, oh. Ups. Hä? Wurde sein. Jetzt ist er erst aufgekommen? Oh. War schön weit. Hier scheint mir nicht der Weg zu sein, wo ich her muss. Oder? Oder? Oder vielleicht doch. Carry on my way with time. Aber ich... Manche Ringer verstehe ich einfach nicht. Den... Was ist denn der eine blaue Ring? Blaue, 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 keine Ringer. Erhöht körperliche Angriffe. Warte mal. Hä? Hatte ich da nicht... Gerade 600 noch was stehen? Welchen Ring muss ich denn ausrüsten, damit es so steht? Vielleicht will ich jetzt voll trinken, oder? Ah. Irgendwas stimmt hier nicht. Stirb! Hinterhalt voraus. Gelobt sei die Sonne. Hehehe. Wow. Hinterhalt voraus. Nicht Monster. Jo. Nicht an die Schuppe. Krasser Shit. Nein. Was bist du? Ah! Aua. Aua. Ah! Das ist ja noch so ein Ding. Oh, der rollt einen überall, Alter. Arschloch. Hier. Ah, cool. Ach du Scheiße. Versuch, angreifen. Ach du Kacke. Ah, ah, ah. Ah, ah. Arsch. Halt's Maul, Alter. Ah, ich seh ihn nicht. Ah, ich seh ihn nicht. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Ah, du fette Sauer. Bitte nicht Habe. Ah! Irgend so ein Gladiator-Typ hier. Der dir auch nicht viel bringt. Ah. Ah. Ach, hol doch weg. Ich hasse diese... Oh mein Gott. Oh. Ey. Degen sind ja die nubigsten Scheißdinger, Alter. Oh mein Gott. Sogar bei NPCs. Ja, jeder der Degen benutzt, Alter. Homo. Döden, 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 döden. Ich renne jetzt einfach durch. Oh, ich versuch's so mindestens acht, du Scheiße. Irgendwann muss ich doch kein Agro mehr haben. Nichts nützige Viecher hier. Nichts nützige Viecher hier. Oh, ey. Jetzt auch noch der Scheiß Drache hier. Ja, Junge. Missgeburten Viecher. Ja. Da ruft er einen komischen Champion heran. Das ist so eine Missgeburt, der Hohne. Das ist so eine Missgeburt, der Hohne. Hey, Richard. Bam. Nervige Arschlöcher. Um den Pfad des Drache zu beschreiten, darf die große Glocke nicht geläutet werden. Okay. Unfit, even to Bissinda. Läuftfeuer, yeah. Bonfire, checkpoint in the skies. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Ich guck mal, ob ich die Quest vollenden kann. Reisen. Er müsste da sein. Er müsste. Da ist einer. Oh. Hey, wo ist er denn? Ich hab doch alles. Nein, ich hab nicht alles. Mir fehlt Hubble. Ich hab gesabbert. Großer Turm. Eine Sache fehlt noch. Eine Sache. Gargolflamm haben wir, den haben wir. Flammenstoß. Verkehrt die Waffe. Die große Glocke darf noch nicht geläutet werden. Ich denk mal, dann müssen wir hier noch irgendwas machen. Du. Ach, ich. Junge, ihr seid so hässliche Huren. Mann, schluck's runter. So. Hau ab. Vorsicht, Verzweiflung. Hä? Ist hier? Nö. Ist da was hinter? Ach so, das ist hier wieder. Ist ja scheiß Flammenmann auch am Leben, ja. Ja, halt's Maul. Da ist noch einer von euch. Ja, ich weine gleich, Alter. Hier. Hier. Oh, jetzt ist der große schon mal tot. Ist auch tot. Große Titaninscherbe. Oh, ich hasse diese Assassinen. Hier. Ja. Oh, oh. Oh. Aha. Hab ich dich auch getroffen? Aua. Boah. Boah. Friss das. Hä, wo kommen die denn alle her? Ach du Scheiße. Ich hau ab. Sauerei hier. Alle am Schummeln. Vorrichtung wird benötigt. Ach, Vorsicht auch mal, ja. Sieht schon mal gar nicht geil aus da. Okay, äh. Ja, geil, ne? Jetzt rennen da so zwei Spastis rum. Nein, ich weiß nicht, wo wer er ist. Oh, oh. Aua. Ich will diese Axt haben, die er hat. Aua. Mann, hier klemmt man überall fest in den Puff. Boah. Junge, hier wird man gefickt. Ey, was ist die Kamerasicht denn hier? Scheiße, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Hau doch ab. Oh, ja. Jetzt ist der eine schon mal down. Wenn da jetzt noch einer herkommt, ne? Stirb. Hau ab. Hau ab. Mist, wie. Hat der Loot getroppt? Natürlich nicht! Super! Zur Maul! Asche eines Drachenjägers! Cool! Gleich mal gucken, was da drin steht. Ist hier noch irgendwo was? Alles durchsuchen, was geht. So, Nachricht lesen. In Bewegung bleiben, falls... ... 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